Moin, willkommen zu einem weiteren Team Ranked mit den YouTube Allstars. Ihr habt die Möglichkeit hier auf die einzelnen Porträts zu klicken und dann das Spiel aus einer anderen Perspektive zu sehen. Heute sind wir wieder mit Sid, Leona, beziehungsweise relativ klassischen Champions am Start. Dark Peace, darf ich dich fragen, warum du Ari genommen hast? Ja, wieso habe ich Ari genommen? Naja, wir haben ja eine Gegner, Orianna, definitiv auf der Midlane gehabt, im Champion Select, haben wir das gewusst. Und mit Ari hat man die Gelegenheit, da mit der Ulti doch die ein oder andere Kugel mal vielleicht auszuweichen und mit Glück sogar die Ulti zu dodgen. Und mit Ari kann man natürlich auch ordentlichen Damage raushauen, besonders bei der Eon ein bisschen taunt. Das klappt, denke ich mal, hoffe ich mal. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht mit dem Gangplank, er hat auch Exhaust genommen. Crunch, startest du Red oder Blue? Start Blue. Wollen wir ein bisschen da unten in den Busch, ich mag den übelst. Ich würde gerne, dass einer hierhin geht eigentlich, weil ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass... Ich glaube, Sin trennt schon wieder in die Base. Sin, mein Red-Bate. On my way. Ja, wir machen wieder Pentakill. Ey, der Rock ist auch schon einer, der habe ich schon gesehen. Pentakill in der Base. Ähm, was ist denn hier so rot? Ich muss ja noch mal was fragen. Wollen wir hier in ein Wort setzen? Wollen wir jetzt noch mal in ein Wort? Ja, mach. Ich habe von Parry gehört, dass ihr, ich bin noch ein bisschen was, muss das klingeln. Ja. Mit, mit Dings aufnehmen. Nur mit, ähm, nur mit Fraps eure Stimme. Also gleichzeitig. Naja, das hast du noch nicht von mir gehört. Der Maxim, der Maxim nimmt hier die Stimme auf. Die anderen nehmen alle mit Open Broadcaster auf. Was? Ja. Okay. Nimm die Stimme separat auf? Wie bitte? Naja, ich nehme die Stimme nicht separat auf. Aber Maxim. Nee. Nee, auch nicht. Nur, äh, du, Elokaso. Du genutzt. Als Einziger hier. Klar. Ja, ich habe eine Farbe. Mit Audacity nehmen sie gleichzeitig auf. Und dann, kann ich das nachher ein bisschen bearbeiten. Kannst du noch einen Equalizer drüber machen. Das hört sich dann noch ein bisschen klarer an. Das ist ein Musik. Man muss verstehen, dass du... Normalerweise in jedem normalen Video-Schnittprogramm kannst du genauso die Filter drüberlegen. Du kennst das ja bestimmt auch, dass, ähm, wenn du mit Fraps aufnimmst, jetzt, sag ich mal, ähm, sind die anderen Leute ein bisschen leiser, oder? Nein. Das ist immer irgendwie rot durch die Stimme. Ja, nicht leiser, aber ich denke mal, dein eigenes Mikrofon hört sich an. Dankeschön. Den eigenen Let's Plays besser an. Nein, man kann es einstellen. Was... Das... Also, ist bei mir nicht so. Ja, okay. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen dem TS geschuldet. Ja, genauso wie TS auch, wenn man... Wenn man selber redet und jemand anders redet rein, dann macht TS den anderen automatisch leiser. Naja, konzentrieren wir uns aufs Game. Ich habe den Special Forces Gangplank oben am Start. Mir nix aus. Hab ich aber auch noch nie gesehen, den Skink, glaube ich. Oder? Na, die... die Ulti... Jetzt noch mit den Raketen. Jetzt noch mit den Raketen runter. Ist das ein normaler Ulti? Ne, die Ulti kommen dicke Raketen runter. Ist das ein normaler Skin? Also, kann man nicht kaufen? Ja, ist ein normaler. Ist ein normaler. Ist ein normaler. Echt? Echt? Ja, das ist ein normaler. Ja, fuck. In der Meta ist ja sowieso Gangplank nicht so... Ich bin auf dem Weg Richtung Top. Alter, der macht gar nix. Hat der einen Ward gesetzt? Äh, sieht nicht so aus. Ne, kann er nicht. Liesl, kommen wir in der Mitte. Wollen wir unten ein bisschen Stress machen? Hast du Flink schon? Hast du schon in deinem Skilled? Okay, go, go. Können wir machen. Lies ist immer noch in der Mitte. Wer schaut? Ist Alistair einfach die ganze Zeit immer nur im Busch an das Warden? Gib mir ein Target. Guck mal, ob das die Farm wiederkommt. Die Synth kommt wahrscheinlich über den River. Ich versuche mal ein bisschen gegenzuwarten. Irgendwie stand da gerade echt komisch. So, be careful. Ja, der war scheinend echt die ganze Zeit im Busch einfach. Was? War nicht schlecht. Ah, wenn du jetzt so scheiße... Ach, das ist so der Nachteil am Pink Ward, den zuerst platziert. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Kugel von Arianna bei dem Skin ist wirklich feindlich für die Augen. Hallo, Lee. Hat er der Liesl, wenn meine Lanes warden können? Sag mal, ey, kennst du den Lee? Was? Kennst du den Lee? Ne, ich meine hier 1337 Buddies, ihr müsst euch doch eigentlich kennen. Achso, ja. LOL. Haben die hier auf dem Lane einen Ward bei euch in der Bot Lane? Ne. Ne, der Liesl hat nur im Tree Busch. Im Tree Busch hat der nur gewartet. Okay, versuch mal, versuch mal nicht zu pushen. Vielleicht pusht er dagegen. Okay. Also nicht so hart, nur Last-Titon oder so. Hm. Der ist auf jeden Fall hier unten im Busch, ich kann mal baiten. Hat geklappt. Okay, gut. Aber da ist aber noch einer. Egal. Ey, der Damage, du bist so... Unnormal für ihr Schaden, ist krass. Aber ist schade, wenn wir den nicht bekommen. Na, ich hab den noch mit dem Arrow getroffen, aber... Ja, macht weniger Damage. Hätte er jetzt nur den getroffen, hätte er den auf jeden Fall gekillt. Ja, ne. Der hat ja auch noch die Marks drauf. Ich will mal back, ja. Oh, ich glaube, wenn du noch einen Mark machst, dann... Mach mal das Ding da rein. Ne, die Pfeile, scheiße. Ist das keine Pfeiliger? Ne, 5 Sekunden erst. Oh, fucks. Boah! Fuck los. Das Flasch. Ja, also sorry, ich dachte, ich hab nur den Pfeil dabei gehabt. Hätte doch was gesagt, Leute. Ich war da auch noch da im Push. Ja, ne, ich hab nur gewartet. Die Stakes hätten ja gereicht. Der Pfeile-HG ist ja übelst überpowered. Ja. Schade. Beziehung wurde er auch einige Male genervt. Der Mitte sieht nicht schlecht aus. Also. Nein. Hast du noch Platz für den Ward? Ja. Oh, kannst du bitte einen holen? Ja, ich kann eins holen. Ich hab nur einen. Hast du gerade rechtzeitig gesagt, ey. Aber erst überlegt, ob ich mir noch einen Pott mitnehmen. Ne, du hast ja schon ein paar, das hast du gekriegt, ja. Ja, ich versuche immer das Beste, also so viel wie möglich einzukaufen, wenn ich schon mal weggehe. Gerade auch Pots am Anfang sind eigentlich ganz gut. Ja, aber ich hab jetzt überlegt, ich hab jetzt nicht genug Geld für den Ruby-Kristall, weil wir jetzt wirklich ungewöhnlich früh gegangen sind. Wie, du hast noch keinen Ruby-Kristall? Was ist da denn los? Junge, ey, was ist denn hier los? Ich spiele es einmal mit Profis, weißt du? Der hat ja kein Ruby-Kristall mit. Nächstes Game ohne Maxim. Bist du Bescheid? Na. Boah, fuck Lee. Permanent ausgeschlossen. Engaged, Mann. Einmal. Einmal. Im ganzen Game. Hoho. Da hast du jetzt den Ult raus, ja, ne? Ja, ja, klar. Ich wollte, ich hätte die jetzt auseinandergenommen. Graves hat aber alles verloren. Der hat Barrier und... Ich hab auch alles weg, ne? Ich musste ja vorhin flashen, weil der Alistair mich in den Tower gekriegt. Vielleicht können wir in der Mitte holen, ich weiß nicht. Lass sie mal ein bisschen pushen. Ja, die ist... Ich mach eigentlich nur Last. Warte, warte, warte. Wo willst du denn einen Ward haben, überhaupt? Musst du mir ansagen, ich... Ich würde warten, bis sein Pink Ward ausläuft. Dort noch ein kleines Stückchen. Ja, der Lee ist immer noch Mitte. Ja, warte, warte, ich komm von hinten rein. Die hat keinen Mana mehr. Jetzt hast du noch... Hast du noch irgendwas? Oh, fuck. Vielleicht komm ich noch ran, vielleicht komm ich noch ran. Wo? Loll. Hier war's halt. Okay. Lass rausgeblattet. Egal. Brauchen wir noch einen Ex? Den Ward... Würde ich dann... Richtung rüber sehen wollen. Am Drake? Am Drake? Ja. Ja, ich leg den normalen Drake hin. Weil Lee Sin ist gerade da am machen. Können gleich Blue machen. Ganz schön wieder... Ganz schön lane-lastig. Irgendwie kommst du um klar? Ja, easy, easy. Jetzt seine Ulti bereit, der Typ, oder? Der King Plank? Wollen wir jetzt noch Blue machen? Ey, ey, ey. Ich komm. Oh, Mann, ey, wenn ich das will, da krieg ich nen Lachkrampf, echt, ey, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja fucking annoying, ey. Das geht doch bestimmt mega auf den Sack, dem Gang Plank, ey. Kannst auch nichts dagegen machen, ne? Außer Gang... Die Ori ist auch noch nicht weggegangen, hat aber auch schon Blue gemacht, also... Vielleicht könnten wir jetzt noch mal... Ach, du gehst weg, okay. Oh, ich geh gar nicht weg. Ich geh noch mal rein, da geht noch mal rein. Noch mal dabei sein, noch mal frei sein. Farmen, farmen! Was ist los? Geh runter. Jetzt sind neun Sekunden wieder Man Exhaust am Start. Oh, nein, die Oriana! Oh, okay, mein Fail. Mach den ganzen Spaß. Ach, was? Nicht dein Fail. Was war denn dein Fail? Naja, ich hab vergessen, euch irgendwie zu warnen, aber ich dachte ganz ehrlich, sie geht weg. Wer zwei Tage dort rumtüdelt, der hat ja den Tod verdient. Eben. Das ist vollkommen klar. Was hat der denn gemacht? Ähm, immer wieder auf dem Weg Richtung Days. Okay, wir haben nur ein Pappwort. Also, Treebrush ist gewartet bei uns, aber die Lane ist eigentlich ziemlich verhalten. Eigentlich gar nicht. Vielleicht kann ich das noch mal probieren. Der wohnt im Busch. Ja, okay. Also, von der Lane aus könnte man kommen bei uns. Also, jetzt noch zumindest. Jetzt auch wieder Flash und alles parat. Also, hier Exhaust am Ende. Ich hab Barrier auch wieder. Ich bin auf dem Weg, ich mach 12 und dann bin ich bald. Ja, dürfte aber auch bald wieder Flash haben, ne? Also, so in 60 Sekunden ungefähr, weil mein Flash ist auch nicht mehr so lange CD. Oh Gott, bin gleich klar. Mitte. Ach, ich ping das ganz einfach mal. So, ich hab jetzt auch meine Ult. Also, wenn du kommst nachher mit Jarwin, können wir die auf jeden Fall weckern. Genau, töten wir noch ein paar. Ich hab meine Ult auch. Noch zwei, drei Stück, glaub ich. Ja, push mal ein bisschen, dass ich über die Lane reinkommen kann. Also, mal hard pushen kurz. Mit den hinteren Creeps. Okay. Reicht schon. Das reicht, glaub ich. Ja. Also, mach der hier. Ja, wenn du danach mal mitgekommst oder Zeit hast, dann noch was machen. Ach, scheiße. Komm, 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 ball's deep. Ball's deep. Fokus hin. Henke noch einen Shot. Gut. Der Lee kommt von hinten. Wir haben nicht genug Damage, ey. Ja, der hat Alpha Ult. Ich hab TP, ich hab TP. Könnt ein bisschen... Die Töne an der Base, ey. Oh Mann, ich komm darauf nicht klar, ey. Ist das geil. Ich hab den Comedy auch runter, ja. Ja, das Problem war, der Alistar hat halt einfach zu viel ausgehalten. Ich hab noch one. Ja, ich hab meine Ulti gefehlt und bin ja gestorben. Wollen wir auf Graves rauf? Na, wenn die Pfeile jetzt verpasst. Ich bin auf dem Weg zu... zu euch. Hotlane. Also ich krieg den nicht, sorry. Nein, nein, kein Problem. Ich hol ihn mir jetzt. Rennt einfach weg. Baitet den so ein bisschen. Oh, das war gerade die Töne. 10 Sekunden lang TP. Ich hab übelse Schmerzen-Kombo. Ah, okay. Abi ist da. Juh, das war heute das letzte Ding war gut. Oh, schade. Schade, schade. Oh, der Ball kommt nicht zurück, wenn man stirbt. Fuck, man. Na, schade, schade. Na, pass auf. Oh, Reana kommt. Ich bin jetzt weg. Na, das war ein bisschen greedy alles hier. Ja. Irgendwie nix bei rausgesprungen gerade generell. Doch, ein Kill. Ein Kill haben wir gefickt. Na, der Alistar hat halt auch echt viel ausgehalten. War halt echt nicht cool. Irgendwie hat das andere Game auch so gestartet mit Aim. Und dann rennt er auf einmal wieder in der Base rum und hat, äh, zieht fünf Gegner auf sich. Dankeschön. Sehr cool. Ah, der geht voll auf Crit Plank an. Der sitzt eigentlich in jedem Game anderen Skin, sag mal. Ja. Ja, ne? Ist Singed dein Main oder was? Ja, Singed ist, glaube ich, dein Main, ne? Hätte man sich davon denken können, ne? Ich habe jetzt meine Ulti wieder parat, aber 100 Sekunden für Exhaust. Kommt einfach mal mit den ganken. Ich komme mit den ganken. Ich kann ja jetzt nicht, die können nicht schon wieder alles abhaben. Oh, doch nicht. Ja, da kommt, ich komme auch wieder. Der Alistar hat auf jeden Fall Ulti. Der ist nicht schlecht. Na, dann gehen wir müssen halt Grace holen. Der hat keinen Flashen und keinen Barrier mehr. Sagen wir ihn, sagen wir. Go. Oh, die Pfeile sind so okay, man. Boah, ey, die Kugel. Ich kann da wieder rein. Okay, der hat Ulti, der hat Ulti, der hat Ulti. Richtig knapp. Was hätte die Ulti gewessen? Äh, die Kugel. Ich habe meine Ulti noch, ne? Die Mitte ist gestorben, die können jetzt runterkommen. Ja, sehr gut. Ja, du hast doch ganz schön viel reinbekommen, ne? Ja, ja, habe ich nicht gedacht. Oh, reicht nicht aus? Ne, habe ich auch gedacht. Oder zurückgehen, ist mir zu unsicher. Okay. Es fehlen einfach alle. Der Weg ist jetzt nicht so überkringlich. Oh ja, das ist jetzt auch weg. Stimmt. Ich habe zwar noch Ulti, aber... War doch gut, wir haben einen geholt. Auf jeden. Du bist der, aber sparsam mit der Ulti, muss ich sagen. Ja, ich setze sie auch nur ein, wenn es auch echt notwendig ist. Also bei dem Grace war es nicht notwendig. Und der Alistar, ich wusste eh, der hat noch Ulti ab. Und da will ich jetzt nicht in die Ulti reinknallen mit meiner Ulti. Das macht keinen Sinn. Und die hat ziemlich langen Cooldown auf Level 1, also... Der kann sich eh mit der seiner befreien. Lass mal, lass mal Blue jetzt machen, Avi. Wollen wir auch ein bisschen kackfisch sein und mal den Dragonfly anpeilen? Ja, können wir. Dann haben wir den Teleport-Vorteil. Hast du noch Teleport-Aim? Ja. Hm, okay. Ja, können wir machen. Können wir auf jeden Fall machen. Weil Alistar ist hier mit deinem Wartverhalten... Ich bin halt im Moment... Tiefenentspannt. Die haben nicht gewordet. Ja, lass ihn einfach starten. Ich pushe mich dann noch schnell durch und dann, wenn er Probleme hat, komme ich. Kannst du tanken kurz? Ja. Ich bin halt echt squishy. Moment noch. Die peilen gar nichts. Ja, die peilen halt nicht, ne. Ist auf jeden Fall gut, der erste Drake geht direkt an uns. OP-Smite. Ja. Ich bin mal die ohne gegeben. Nein, ich... Lass mal von hinten. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ach so. Ach so, ich hab eh keinen Wart. Bestimmt. Ich hab so einen Wart. Jetzt wissen, dass ich da bin. Ich komm nicht rein. Ich wollte jetzt nicht mit Ulti... Jetzt gehen die rein, jetzt gehen die rein. Jetzt hat er keinen Ulti mehr auf jeden Fall. Ein Hit. Nice. Oh, shit. Okay, sehr gut, sehr gut. Lee ist Mitte. Oh, verdammt, Mann. Ich hab noch was, ne? Nee. Warte noch. Geht nicht so aggressiv. Spreit mal kurz hinten. Geht einfach nach zurück. Tut so, als wenn ihr fahren wollt. Der tut... Tut so, als wenn ihr fahren wollt. Boah! Ähm, der hat getroffen, der hat da getroffen. Ach so. Oh, sorry, das hab ich nicht gesehen. Ja, sicher, doch, der hat den noch getroffen. Deswegen hab ich mich jetzt so gewundert. Ja, ist jetzt egal. Ich hätte jetzt volle Klinge reinklingen können. Nee, nee, der wurde festgehalten. Hast du auch, der hat nicht getroffen? Nee, nee, doch, der wurde festgehalten. Deswegen hab ich mich so noch gewundert. Nice! Wooh! Kein Support. Egal. Nee, nicht schlimm, das stimmt. Hölle, was denn? Drei Sekunden, der Fall. Noch ein Mittel? Ja. Oh, shit. Ich bin tot. Der Lee kommt noch. Oh, no! Er hat mich durch die Wand gekickt, ey. Wie fail ist das denn? Das war der übelste Lifesafe. Das muss man erst mal haben. Oh mein Gott. Mein Gangplank ist auch tot, kann mit seiner Ulti nicht finishen. Oh, das ist göttlich. Der hat VQ-Kombo verkackt, ey. Hat erst gestunt und mich dann durch die Wand geschubst. Ganz schön hingeguckt, woher kam der denn? Scheiße, haben wir uns aber nicht geschafft, der hat sogar das ganze Mana verbraucht. Nee, der hatte Barrier geused. Sonst hätte ich den gekillt, ohne Barrier. Ja, der ist nicht fertig. Ich geh mir kurz den Topfarm holen, ne? Ich hatte halt auch Turm-Agro, ne? Weil ich ein bisschen zu früh angegriffen war. Was, Topfarm? Was? Topfarm? Ha? Alles meins. Oh, da kannst du aber auch den ein bisschen nerven, oder? Wenn du den Gedöns verbrauchst. Ah, der Lee nervt. Der Denerf richtig. Ich weiß nicht, wo auf der Mitte ist, aber... 30 Sekunden erläutig. Der hat da diese... Ah, der hat nur der Terne, okay. Oh, der Terne ist ziemlich fies. Fix Mobilität. Und ihr wollt euch da oben gegenseitig umbringen, oder? Na, dann versucht. Aber so wegen der Gangplink-Gold hier, was auch, weil der kickt dich damit immer, wenn er die Klotze noch macht. Ja, Alistar steht hier im Busch. Ich kann es nur drausflaschen. Überlege, ob ich dann den Wort platziere, aber irgendwie... Ja, brauchst du jetzt nicht. Irgendwie so eine Standardbedrohung, irgendwie ist das jetzt nicht besonders. Mitte Niss. Wolke, ey, die ist so bitter. Oh, der Lee ist ja so schon relativ viel. Ja, der Radius ist echt krass, ne? Wann ist der... Was 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 ist der... Gehst du auf, ähm... Aegis wieder oder auf Locked? Ich gehe auf, äh, Aegis. Aegis, ja. Ganz, 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 ganz lieb. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Der Lee Sin ist Level 11. Ja, der hat mich gekillt. Der hat 4, 1 schon. Ja, der hat 4, 1, 2. Der hat 4 gekillt. Ah, schade. Sagst du Bescheid? Ich geh mal kurz zu dem Dragan. Ari kommt schon wieder Bot. Oder was weiß ich wohin, aber sie ist auf jeden Fall Richtung Bot gelaufen. Ja, aber Botlane müsste jetzt ja gewonnen sein, oder? Äh, ja, eigentlich schon. Also der Graves, ich kann den natürlich nicht vom Farm abhalten, aber... Ähm, die machen auf jeden Fall keinen Go auf uns. Kann sein, hau. Ich kann einfach... Komm, ich komm ich mal mit. Oh, da kommt Lee Sin. Da kommt Lee Sin. Warte mal, wenn er... Lass mal durchlaufen, lieber. Ist aber schon krass, Tanki. Warte, der will mich schon wieder retten, ja. Ich, äh, bated sie ein bisschen, wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Na, Lee Sin kommt, Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin. Komm, 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 stand, 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 stand. Dann, er hat gefehlt. Nice, 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 nice. Sehr gut. Alles gut. Oh, shit. Ich wollte jetzt kurz sterben. Ah, komm, 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 ist gut, ist gut. Ist gut. Vollsteed. Schön. Ja, das war alles mein Plan. Ich tank noch kurz. Macht ruhig was. Oh, die Pfeile. Sehr gut. Sehr gut. Klasse Freit. Resselt. Schön gemacht. Und Javan, hier noch ein bisschen rumgelackt, ja. Wieso rumgelackt? Noch schön. Dann stand, dann stand, habe ich in Tower getankt. Schön, dass der Graves auch noch meine Ulti geschluckt hat. Fand ich sehr nett. Was ist denn eigentlich mit der Gangplank-Ulti? Wieso sehen wir die nie? Entweder die sagen, dass wir ihn nicht an, oder... Ne, ne, der hat sie die letzten fünfmal auf mich gemacht. Achso, okay. Alles gut. Wenn du das, wenn du eine globale Ulti auf dich ziehst, ist ziemlich eklig. Das neue Meta. Die auch globale Oriana auf mich. Ja, die mag ich sowieso nicht. Die... Oh, Mann. Aber gerade eben hätte ich killen müssen. Auf jeden Fall ein richtig guter Fight-Am. Das Allerwitzigste ist, wenn man einfach auf den Farm schaut. Ja, der Gangplank, Alter. Der läuft mir die ganze Zeit hinterher. Er hat so ein paar Kills gemacht. Aber der Farm bringt halt viel mehr. Und kein Tower. Ja, der Farm bringt vor allen Dingen viel mehr. Die Sin ist doch im Busch. Ja, wie gesagt, der ist so penetrant, deine Taktik. Echt, ey, ich komm darauf nicht klar. Das ist echt lustig. Schau mal auf, ich bin nicht da, ne? Ja, ja, 40 Sekunden. Ich hab auch Flash und Barrier. Mach grad Blue. Komm. Ich hab jetzt auch 30 Sekunden, ne? Was ist das denn? Danach gehen wir gleich wieder Bot-Lane. Oh, ist er weg. Achso, nee, das war Lee Sin bestimmt. Der wollte da rüber. Nee, push mal ruhig Mitte. Ja, mach ich. Okay. Das ist besser. Wow! 3 Stück Top. Fuck! Was denn? Komm. Oh, jetzt sind's alle da. Na gut, dann machen wir jetzt die Bot-Lane kaputt. The Dodges! The Dodges! Oh, da stirbt der Aim. Nein, nein! Da stirbt der Aim. Geißer Tod. Alter! Ich wär glaub ich weggekommen ohne Grace. Ich weiß es nicht so genau, aber... Es war spannend. Aber ist gut, dass die Ulti provoziert und hier die Bot-Lane. Ich hab jetzt noch keine... Aber sie kommen, sie kommen. Ich bin da, ich bin aber da. Ich bin da. Baitet sie ein bisschen zu mir her. Geh zurück, geh zurück. Oh fuck, jetzt hat alles von mir gesehen. Wie viel hält denn der aus? Oh, der ist echt ein brutal Tanky, ne? Lass mal noch den Alistar töten. Graves, Graves, Graves. Fokus Graves! Oh fuck. Oh, der Gameplank ist auch da. Da kommt der Port, da kommt der Port! Den Grid-Plank hat es ja schön zusägt. Sehr gut. Sehr schön. Oh fuck. Oh, der Lee Sin, der hält viel viel aus. Das ist unnormal. Ja, der ist halt gefeeded. Der ist halt gefeeded, ja eben. Der ist halt auch tanky. Wollen wir mal weiter pushen? Ja, wir können weiter pushen oder den Red checken. Drake ist auch ab, ne? Drake läuft ab. Aber wir machen Drake. Wir machen Drake. Oh, der Red ist ab. Oh, geil. Mach den Red, ich mach meine Golems hier. Ich geh wieder Mitte pushen. Mach den Drake. Genau. Mach du ruhig Matchen, das ist cool. Soll ich mich ihn jetzt stehen lassen beim Red? Ja, lass stehen. Ah, lohnt sich eigentlich nicht. Ja, mach's weg, wir sind eh am pushen. Hier, jetzt schnell Drake noch. Ja. Du musst irgendwer tanken? Okay. Kannst du tanken, Varus? Oh, der hat, ja, ich kann tanken, aber Maxim hat Disconnect. Weiß egal. Versuch einfach zu tanken. Kann ihn nämlich nicht tanken. User in your channel timed out. Da ist er weg. Komplett, komplett weg. Er kommt gleich wieder. Hier frappst du, wenn man läuft, kann er ja weiterlaufen. Lass es. Ragebrit, ja. Läuft nicht. Na, kein Board mehr. Tschüss. Der Ruby Crystal war's, der Ruby Crystal. Ja, ich glaub auch, der hat den seinen ganzen Bild. Die kommen da wieder alle zu dir, ne? Aber du tüchst ja alle auf dich wie so ein Magnet. Das ist echt so lustig, man. Ey, da kannst du echt eine Comedy-Show draus machen. Das ist ja echt zu geil, man. Ich würde da gar nicht mehr wegkommen, aber er schafft's irgendwie immer. Ja, Sinch wird halt auch hart schnell. Gerade mit Ghost. Und der Ulti halt. Oh, jetzt haben sie dich aber durch die Gegend geschlagen, ey. Ich wollte doch den Lennister holen, man. Egal, das macht Spaß. Jetzt haben sie dich erst mal von der Ana Y geprügelt, ey. Aber erst mal alle Backporten. Macht mal hier ein paar Tower, klar, so lang. Hier, mit Tower, was ist da los? Du musst ein bisschen pushen. Ja, hab ich eben. Kam die Ori schon wieder. Wollte ich ihm helfen, dann war er zu gut. Nee, Sinch nicht helfen. Das ist ja die Taktik von ihm. Genau, einfach nie helfen. In einem Fall, er zieht alle auf sich und dann pushen wir. Aber ich kann jetzt auch hier nicht, ohne Leona kann ich jetzt auch hier unten nicht zugehen. Können wir mal gucken, ob wir Oriana kriegen. Ich kann jetzt auch nicht da unten durchgehen. Dann lass mal lieber Mitte pushen, dann komm ich in die Mitte. Und dann mach ich da mal go. Ich hab auch Ulti wieder. Oh, Oriana, außer... Oh, fuck. Oh, sehr schön. Oh, und schön noch ein SS-Gold. Ulti kommt, Ulti kommt. Höne Ulti. Oh, der wird noch getangelt. Oh, ich hab den Tower, ich hab den Tower. Ich kann nicht mehr tanken. Schade, schade, schade. Oh, der Gameplay kaum nicht. Oh, ich hab ihn ganz knapp im Zorn bekommen. Oh, oh. Oh, nein, doch nicht. Oh, der eben geht wieder rein. Ab in die Base. Damage, Damage. Ich kriege uns Back. Boah, ich hab echt keinen Bock, dass der mich crittet. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der Mann macht damit. Okay, ich geh auch erstmal Back. Ich hab 3000 Gold. Oh, ja, der hat viel Crit. Er spielt nur Crit. Er will irgendwie nur 1-Criten nachher oder so. Ja. One-Shotten, keine Ahnung. Ich hoffe, der Maxim kommt nochmal wieder, ey. Sonst wird er ganz böse. Dann müssen wir 4 gegen 5 gewinnen. Das wäre doch auch nice. Sagen wir, wir haben meine Hilfe gar nicht gebraucht. 2 gegen ihn. Den tut schon wieder am Pushen, ne? Das ist so krank. Wir müssen halt bloß Druck machen weiter jetzt. Also weiter pushen. Ich würde sagen, wieder Mitte. Und er macht die Top on Board. Ja, ich geh top. Ja, schnell. Mitte, aber schnell. Oh, oh, ich hab wieder 2 Leute hier. 4, oder? Ja, 4, glaub ich auch. Ja. Ich push top. Bis dann ist er schon tot. Kleine sind nicht wirklich von allen Seiten eines. Ja, weil wir noch nicht auf der Lane waren. Voll gemein. Jetzt kommen wir halt Mitte. Wir müssen weg. Push einfach top, Alter. Ich glaube, die werden auch inzwischen ge... Ich bin jetzt aber eigentlich gar kein Gold mehr. Das ist... Die kriegen ein Minion, verlieren dafür 30. Die wollen echt Schaden fressen, ne? Unser Blue steht, aber ich hab noch einen. Ja, wir sollten auf jeden Fall passen bleiben. Wenigstens zu dritt groupen. Wenigstens zu dritt. Ja, soll grad sagen. Sonst bringt das nichts. Ich bin gleich da. Wir können hier gleich sein gehen, wenn ich da bin. Ich hab leider keine Ulti, aber egal. Nein, wenn ich da taunen kann. Ah, fuck, fuck. Alles gemisst. Ich würd sagen, wir lassen's. Dann Alistair kriegt mich vielleicht noch. Oh. Flink. Sehr schön. Hat da den Alistair gerettet. Ja, schön. Mit dem Blind Arrow. Ich fressen Besen, Alter. Gibt's ja nicht, ey. Einfach mal Blind hinterm Türm geschossen. Ich muss mir Mitte weiter halt zu viert. Ja, was macht man? Woll grad sagen, er geht bot. Da wird CP. Oh yeah. wir pushen die mitte zerdrehen ja ich habe alles ab naja ich habe auch noch flash zwei sind noch tot elister und gegen kann gerade sein weh genutzt was ja mit ihm ab fuller fb ok wir machen einen turret sehr schön lieber zurück zinsch macht unten druck wir müssen in der mitte bleiben und solange er druck macht dass wir nicht weg gehen oh fuck ich war tot alter bevor er irgendwas macht oh der maxim ist weg sehr schön pass mal ruhig auf genau immer zurück hast du nur wenn du einen charme hast ich kann dir nur einen arrow rein knallen die gehen zurück die kommt zu dir hey will come back was geht ich glaube du bist tot oh mein gott tut mir leid ich hatte einen blauen oh dieser penner sehr schön die ori kommt jetzt glaube ich auch runter ich laufe hat er fast voll der feldfisch wo der bübel aufgeholt ein millimeter hat gefehlt um zu fliegen du hast einen bluescreen oder hat? hast du deine aufnahme wieder angemacht? ja aber jetzt habe ich wieder angemacht und ich habe erstmal übelst lang gebraucht um neu zu starten weil bei dem neustart hat er meine tastatur nicht erkannt selbst ich konnte nicht auf ich will das normale windows klicken du hast erstmal lustige sachen verpasst echt ich werde das alles sehen sehr wahrscheinlich ich habe sogar die große auswahl von wo ich aus sehen will ja so aber das ist ein bisschen schadepapade aber passiert naja kannst nichts machen wenn du einen bluescreen kriegst mein gott das gute ist dass ich meinen feed dabei habe wenn wir noch ein bisschen geld gespendet haben oh alle red buffes ab yay oh die sind alle level 16 ist auch schon relativ eklig was? warum das gut ist naja komm wir haben noch alle tower ja aim hat auch unten gepusht wir haben mitte gepusht wir haben alles gepusht na top ist auch durchgedrückt die pushkings oh hier ist gangbang ich hab keinen flash ne ich hab grad flash übelst scheiße gemacht na mach mal top oh hier aber ich hab alles bereit oh er hat mich exhaustet da kommt die ziel da kommt die ziel wollen wir mal die kuh töten? jo mach mal ich hole noch die oriena hier ist oriena hier ist oriena ich hab sie da ist meine flagge irgendwo hin ich bin mal lang auf ich hab grad die beste ulti ever platziert ich seh keine flagge oh meine ulti durch die wand ah die channellt nicht mehr okay dann 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 guck mich einfach schick oh das war sehr riskant war close ja nur ist kein risiko kein reward hab schon immer gesagt balls braucht man einfach nur balls genau ich kann mal vorstellen dass man ein richtiger mann ist genau ach du musst dir halt vorstellen so läuft das oder so ach das ist auch immer gegangen oder? ja haben sie grad geschrieben craves ist gegangen von denen ah they had to leave ach so ja gut aber das na die hatten ja nicht ich hab ihn gerade ja vor ja ich wollt grad sagen der war auch gerade noch da also solange du weg warst maxim war der auf jeden fall die ganze zeit noch da ja weil der barg vor kurzem noch in der mitte gerechtigkeit würde ich sagen naja die hatten ja sowieso schon also in den teamfalls finde ich schon haben wir es stark dominiert ja auf jeden fall mit dem sind jetzt auf der botlane 2 9 sind naja naja der aim macht sich hier macht sich hier n lachs draus hey hansies aber 260 farm die wollen mich töten glaub ich na das muss auch als cinch bloß nervend sein mehr musst du nicht machen naja hello orianna ist tot haha die kombi total die konnte sich nicht mehr bewegen erst deine stands drauf cinch trennt einfach weiter aber ich glaub du weißt jetzt sowas wird sterben was 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 der aim ist ich komme nicht da ist das lustig wollen wir jetzt nochmal balls deep gehen oder was ich hab gar nichts ich geh jetzt balls heller balls heller komm ich bin gleich wieder da auf gangbang komm gangbang was soll der geld es ist so squishy es ist so sinnlos und wir haben zwei auf legendary Ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht, war ein schönes Game fand ich, auch wenn Maximilien disconnect hatte. Ja, so ein bisschen schade. Wieder mal Spaß gemacht. Ja. Dafür ist die Dateien ein bisschen kleiner. Ja. Auch nicht schlecht. Man muss auch die Vorteile sehen. Die Frage ist, wer stirbt am seltensten? Ja.